Also für mich war es sehr gut. Zuerst, ich stelle mich ganz kurz vor, ich heiße Sohaib Haidar und ich komme aus Syrien. Ich bin im Jahr 1994 geboren und ich bin in demasko auch geboren und bin ich seit drei Jahren in Österreich. Also bei der Schule war es eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, weil ich irgendetwas gemacht habe, wie man sagt, man fühlt sich, dass man irgendetwas gemacht hat, dass viele Menschen eigentlich und viele Schüler auch wissen überhaupt nicht über Syrien oder über mein Land oder über andere Länder eigentlich. Und es ist eine gute Chance für mich, dass ich die Menschen zeigen oder die anderen Menschen zeigen, wie es die Situation in Syrien ist und wie war es. Und dass wir auch aus einem anderen Land gekommen sind, das schon eine Kultur und alles hat und nicht so einfach ein Land, das nur Krieg hat. Also so war die Situation und viele Menschen haben sich darauf gefreut eigentlich. Und sie haben immer sich bei mir bedankt, dass ich ihnen gezeigt habe, also wie die Situation dort und wie die Situation auch war.